Tradition, Innovation, Präzision. Diese Werte stehen nicht nur für die Uhrmacherkunst aus Fleury, die weltweit einen hervorragenden Ruf genießt. Sie sind das Herzstück der regionalen Identität und tief verankert in der lokalen Kultur. Sie haben das Val du Travers im Laufe der Jahrhunderte zu dem gemacht, was es heute ist. Sie haben aus dieser Region einen weltoffenen Ort gemacht, dessen Produkte in die ganze Welt exportiert werden. Noch heute ist die Freude an der Qualität die treibende Kraft, Antrieb einer beispiellosen industriellen Dynamik, die auf dem einzigartigen Know-how im Bereich der Präzisionstechnologie beruht. Diese permanente Suche nach Perfektion spiegelt sich insbesondere auch im Label Calité Fleury, der weltweit anspruchsvollsten Zertifizierung im Bereich der Uhrmacherei, wieder. Wenn auch Sie vom Unternehmensgeist inspiriert sind, dann sind Sie im Val du Travers am richtigen Ort. Wenn Sie Ihre industrielle Tätigkeit, Ihre innovativen Dienstleistungen oder Ihr Geschäftskonzept entwickeln möchten, wird Sie unsere Region zu begeistern wissen. Weit ab von der Hektik größerer Städte bietet Ihnen die landschaftliche Schönheit des Tals eine idyllische Umgebung, um Ihr Unternehmen aufzubauen. Freie Verkehrswege ermöglichen Ihnen den schnellen Zugang zu den wichtigsten nationalen und europäischen Verkehrsachsen. Mit dem Auto erreichen Sie Neuenburg, Iverdor-les-Bains, Pont d'Arliers sowie La Chottefond innerhalb einer halben Stunde, Lausanne und Bern in einer Stunde. Das öffentliche Verkehrsnetz erstreckt sich über das gesamte Tal, das ebenfalls über ein ausgedehntes Netz an sanfter Mobilität verfügt. Sie finden hier erschlossene Grundstücke und schlüsselfertige Büros, Geschäftsräumlichkeiten sowie Werkstätten zu vorteilhaften Preisen. Für den Fall, dass Sie etwas unter Zeitdruck stehen, gibt es auch die Möglichkeit des Gründerzentrums. Auf diese Weise können Sie Ihre neue Tätigkeit innerhalb einer Woche aufnehmen. Die Region ist stolz auf Ihr umfassendes Angebot an Dienstleistungen. Wohnungen, Krippen, Einkaufsmöglichkeiten, Sportanlagen, Freizeitangebote und noch vieles mehr können Sie innerhalb weniger Minuten von Ihrem Arbeitsplatz aus erreichen. Und um Sie vollends für unsere Region zu begeistern, präsentieren wir Ihnen noch einen weiteren Trumpf. Das Steuersystem für Unternehmen des Kantons Neuenburg zählt weltweit zu einem der attraktivsten. Sie träumen nicht, dieser Ort existiert tatsächlich. Es ist das Val du Travers und wir freuen uns, Sie bei uns willkommen zu heißen. Wenden Sie sich an uns. Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung Ihres Vorhabens. Besuchen Sie uns auf www.val-de-travers.ch Wenden Sie sich Untertitelung des ZDF, 2020